Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach... Mir werden meine Zweifel doch wieder überhaupt noch reinpassen. Ja, Herr, du musst dich nur vorne hinsetzen und den Mitgliedern so annehmen. Ja, ja, ich kenn das bitte. Ja, und ich steh hinten mit der Kasper, okay? Wisst ihr was? Also, was ist jetzt, Gerd? Pass auf. Sollte ich mich dazu herablassen, das mit euch zu machen, dann sorgt's ihr gefälligst dafür, dass die Mama das morgen nicht jedem zeigt, ja? Es ist total unangebracht, dass mir jeder knocker zieht. Der Politiker will auf seinen Ruf achten. Ja, immerhin hab ich einen zu verlieren, ja. Na ganz im Ernst, dafür schuldet sie mir richtig was. Okay, Gerd, das ist in Ordnung. Jetzt kann's dann. Das ist in Ordnung. Ja, ich bin... Das ist in Ordnung. 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 Ja, ich bin... Das ist in Ordnung.